so Leute, hey, wir sind wieder hier in unseren Let's Play Minecraft together mit LP Darkling und Mea, dem Firecraft.dp jetzt sind wir hier gerade in LP Darklings Haus Haus auf Dune Hey, ich habe mich ausgebaut ja und jetzt gehe ich denk wohin weiß gar nicht was ich tun möchte oder tun wollte und du willst sie an Haus bieten? das ist ein Blockenholz das ist ein Blockenholz ne, der soll nicht verwenden, das ist Blockenholz oh man, hier schneit's ja trocken auf mein Haus ja, tut mir leid oh man sieht da und steht, ich bin so hälster, normal die hälfte Schnee... ah, ist die dort ja wie soll ich ihm dann ein Zweiteitschuhl aufbauen? ich höre mal gerade von der Kuh durch um zu trinken so ok die Fichter wissen aber auch nicht, wo sie ihn wollen, ne? ne, die Fieber? ne, allgemein die Fieber ne, allgemein die Fieber hier, unsere Austiere Kuh ist nach außen abgehauen ja 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 das ja da ist da hast du jetzt auch tot warum fängst du an zu verrecken? je ja doch ich sterbe, Leute es ist nicht so schlimm es gibt es gibt einen Nachfolger wow Problem im Masperato ja was ist das? Spanschmack ne ok oh jetzt nach hausbrüben hier mal ummachen das Schilf Zuckerrohr ist natürlich gut irgendwie gehen manchmal die Samen richtig kaputt irgendwie hier von Kürbissen und so weiter frage ich mich wie das passieren kann wie? ja hier die Samen so so das Angriff gepflanzt wird ja, wo sie mal passieren kann so, so und und nicht lebe den glas noch aus natürlich wenig ein glas und noch und noch und noch und noch Kassiert. Ich hab noch 5 Minuten, das hat noch gereicht. Ich bin froh, dass der so eine wunderschöne Textur jetzt hat. Ja. Kann man mir sagen, man kann es nicht verbauen. Wenn man so etwas hessen jetzt da hat. Ich bin froh, dass der so eine wunderschöne Text ist. Du wolltest dich immer in den Zimmer bieten? Irgendwann. Vielleicht. Vielleicht. Ich stamme heute echt noch sehr schöne Phobia. Wie ich langsam das Ende vor Augen sehe. Der Ende. Der Ende ist alles schick. Das ist nicht schick. Der Ende ist alles schick. Alles. Hammer. Was ich mal benötigen. Das ist so eine Überraschung. Was? Das sind Sinn. Was machst du schon mal mit dem Scheiß mit meinem Haus? Hm? Mit deinem Haus? Das ist immer witzig. Wollt. 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 Das ist sowas. Das ist sowas. Sowas. Nein, okay. DenHAM war der Dä servers. So. Das ist sowas. Betabi nach were ich mir. Ja, wir haben eine schöne Höhe auf, das ist so, ich denke, irgendwie. Wo ist denn hier? Zack, ich erzähle nicht. Ja, da geht's. Das ist Was, wenn das nicht, geht's. Ja. Das ist was, no shit. Scheiße, wenn die irgendwie eine Treppe hängen wollen. Komm mal vor zu uns. Haus gemeinsam. Ja. Wo bist denn du? Komm mit. Hins du? Ja. Komm mit. Guck mal. Oh, ein Kuchen. Ein Erdbeerkuchen. Woher hast du denn her? Milch habe ich von den Kühen. Die anderen Zutaten habe ich einmal hier gehabt. Hast du noch? Als Dekoration, würde ich sagen. Würstchen. Ja. Ach, da ist ein Steinstuben. Mit Liebe gebacken. Mit Liebe gebacken. Mit Liebe gebacken. Mit Haft immer streut. Ja. Haben wir noch Glas in den Ofen? Kann sein. Ja. Ja. Hier können wir noch ein paar Steinen treffen. Die nehmen wir auch noch mit. Glashammer im Ofen. Glas haben wir im Ofen. Juts. Wo bist du? Ich glaube nicht. Trostglas. Im Ofen. Ja. Ich habe es. Ich habe es. Ja. Hast du den Experten geklaut? Nur 16 war das? Ja. Ja. Ich weiß. Wo ich es viel gemacht habe. Das war dann nach meiner 2. Server. Expertenbohut. Das war mein Mutigler-Server war das. Wo ich so viel. Wo ich so viel Glas hatte. Wo ich so viel Glas hatte. Wo ich so viel Glas gemacht habe. Und so. Der Kursion hat erhofft. Ah ne. Ich weiß nicht. Wie ich mir so lange laufen würde. Haha. Irgendwo die ich hier meine Treppe hinbaue. Ja. So. Ich wollte ja weiter bauen an meinem Häuschen. Eigentlich. Das ist ja eine Scheiße wie die Treppe zu bauen. Aber es ist heute schlechtes Mal Patronen mitnehmen. Halt jetzt mal überschlafen würde ich sagen. Oder? Ich würde dann ja erstmal noch alles zitieren. Ich. Es sind noch äh äh Monster Manier. Hä? Du kannst jetzt nicht schlafen. Die Monster Manier. Die Brünne Scheiße aber ich komme mal. Aus gemeinsam Teleport. Das ist Monster Manier. Ja, es steht bei mir. Guck mal raus. Das ist alles ausgeleuchtet. Und direkt eine Kürze hingestellt, das kann der Ender mit uns angehalten. Oh, unser Feld. Nichts schöner. Ich hab noch Bambus jetzt. Dann gucken wir auf die Karte, du hast doch einen Minimilab da. Ja, muss ich jetzt einstellen. Ja, Creeper sind ja irgendwo. Unter uns, oder? Das sieht aus, als ob das bei uns oben ist. Oder? Unter uns, denke ich auch. Boah! Meine größte Creeper, ja. Also hier sind keiner in der Farm. Unter uns, denke ich auch aber. Unter uns bestimmt. Da über uns sind sie nicht. Da kann sie uns sein. Heißt das, wir müssen sie jetzt entdecken. Hinten. Kann nicht schlafen. Ich hab Angst vor Monster. Ich rufe jetzt mal den Bohnen auf. Hier ist Eisen. Ne? Hier ist Eisen. Ne? Bisschen du? Runter, ich hab mich runtergekommen. Hast du viel Ball gefunden? Ne. Was ist hier? Wir müssen hier sein. Hier sind keiner. Hier ist aber ein Gang irgendwo, oder? Hier ist Creeper. Funny. Ein Pack! Eine Ferne! Ne Kling! Es kann sein, dass hier ein Monster... Funkor ist. Den Wissen! Ich würde mich nicht ausschließen, weil es ja glaube ich. Boah, halli. Guck mal. Die ist Kohle? dann gehen das nicht mehr mit den wenn ich eine facke runter stelle dann doch jetzt ist das nur kohle wo müssen sie sein vielleicht sind ja jetzt über uns Trink's. Nur das bisschen hat man viel aufzuhören. Also Samus funktioniert gut. Ja, da geht ja bei irgendwann mal kaputt. Ja, ich weiß. Soll ich sie gefunden hier? Ja. Wo hast du sie gefunden? Aber du warst ja nicht, ich hab ja keine Läder gefühlt. Da ist sie, ich hab sie! Komm her, hier! Ich hab sie! Oh, Alter, hab ich gar nicht angedriffen. Und da ist der Küper. Alter, ich hab sie gefunden. Ich hab einfach nur mal cool, ey! Oh, was an der Spiele ist, ey! Am besten ist zumindest ein Shirt. Monsterjäger. Ja, ja. Weil... Wie geht's erst? Ja, guck mal, der Gang. Das sieht ja geil aus. Ja, ja, sieht nicht nice aus. Müssen wir mal benutzen, ey. Das ist schon krass. Hier, das Eisen müsste ich mal abbauen. Ich hab keine Facken, oder? Ja, du hast Facken, oder? Ja, du hast Facken, oder? Also, ich bin gleich aus der Läder. Also, der muss in der Welt wahr. Hier sind auch noch Eisen. Da müssen wir ja mal bauen. Hier kommen wir aus den neuen Mühlen. Ach, du warst schon, Mann, der Höhler. Komm her, komm mal zurück. Ja, ich komme. Na, du warst schon mal hier, oder? Na, du warst schon mal hier, oder? Wie geht's? Das ist ein Loch, wo wir rinfallen hier, wo es ... ... weil Jogi pute den runter. ... weil die Jogi pute den runter. Weil die Jogi phäten mit einem Eimer. Und das ist ein Loch, wo man hier rumgefangen hat. Wie ist das denn Jogi verabäutig? Das war's, guck mal. Was? Das war's, und da war's sehen. Und da war's so, und der Herrbergsee. Und Eisen. Ja, ich hab's schon gesehen. ich habe schon wieder vieles gesammelt 20 oder 40 habe ich gar nie gesammelt Cola ich habe auch einen Steck Kieße weggeworfen ich habe auch einen Steck Kieße weggeworfen das ist ein schönes Klima ja wieder neu was machen wir jetzt? ist irgendwo noch Eis, dass sie sagt? vielleicht ist unter dem See Eisen oder wir müssen ja mal hinter dem See gucken guck mal der sieht geil aus ich habe schon gesehen der ist richtig nice der See da ist auch so eine Quelle wo? da wo es rauskommt auf dem Berg guck mal das sieht geil aus das sieht gut aus das ist immer künstlich das ist Eisen hier ist hier ist Kohle und Eisen meine Güter unerwartete Entdeckungsjagd ich finde nur ganz zufällig ein bisschen Eisen finde ich nice zuerst ja und ich habe jetzt schon 20 Eisen ja nicht nein nein habt ihr noch Spitz ab oder was? ja ich habe einen Diamantspitz ab oh jetzt voll viel Kohle wenn die Kohle nicht erzt ist die Wand nicht wert ja in München besteht ja der Mann eigentlich aus Kohle wenn man das so technisch überlegt da liegt Prozent bloß dann die Kirchen ja ein paar Tausende Druck die man verbrennt ja auch sofort wenn man es um wird echt sie ist sie macht sein ich habe dann das nicht cool die ersten Sündig wie gebaut aus wenn man gebaut hat vielleicht waren ja vor uns heimliche Mienarbeiter und sohn und das ist die verlassene Mine von Schlag mich tot Schlag mich tot ja das sind unsere Vorfahren vor uns gab es sicherlich hier 100% ein paar Miener die ja genauso wie wir hier Aufnahmen machten und Minen bauten und vielleicht sind sie irgendwie aus äh gestorben vielleicht ja es kann ja sein ja dass das vielleicht die Mienarbeiter ähm irgendwie durch den Urknall getötet worden und ja und daher sind die Bauwerke auch weg von denen oder sie sind hier lang gezogen und haben woanders auch Welten das sind die die Siedler die Siedler genau sie haben Dörfer gebaut sie siedeln sich ja noch an hier in der Welt aber es ist schwer welche zu finden die Siedler die ist die Siedler nennen sie die 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 unbekannten alle das Kölner für die Wunder 20 wir haben schon das 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 st ich glaube nicht dass wir die Erfinder dieser ganzen Werkzeuge sind sondern wir nur die wir haben ja Rezeptruhen gefunden weißt du noch weißt du noch wir haben eine Tore gefunden voller Rezepte wie wir uns bei uns war er anfangs die Teams bauen wir haben uns wir haben keine Truhe gefunden nein haben wir nicht aber wir haben wir haben um die Truhe weiß ich ja nicht wir haben gelernt uns hacken zu bauen und und Prozent Schaufel zu bauen die wir unser Essen verbessern wir sind wir haben die Weisheit von unserer Vorfahrt den Wohrschweiß schon mal ein wir haben gelernt wie wir aus den ganzen Sachen etwas machen können das Frechner mir gelernt innerhalb von zwei Sekunden das was hat er da angerichtet zu hören und es schon auch dacht vielleicht aber das wäre auch mal nice so eine Geschichte zu erzählen und wie wir irgendwie was finden wir ich glaube der Sarah hat so was mal gemacht wir müssen mal so eine Welt machen wo wir ein Buch eine Truhe finden wo ein Buch da steht in dem Rezepte da jetzt können wir stehen und dann müssen wir so machen als ob wir schon fast ein halber Steak gewesen hey cool das ja danke ich weiß schon was ich mache wenn es mein Let's Play begin das ist mein Konzept ich hab ein Rezept ja ich endlich dank dieser dieser Tunnel habe ich ein Konzept ich darf mein Buch entschalten ein entschaltes Buch Stufe 1 wie verzaubert das Buch mit Schütz 1 da kann ich jetzt mein Eisenharnisch nehmen kannst mehrere Effekte drauf gehen oder was kannst du jetzt mehr drauf bauen genau wüsste ich es doch geht das Buch kaputt wie kann man ein Buch bauen also war der ja stimmt ich will ein Buch schreiben scheiße muss mir das nicht ja ich hab auf jeden Fall schon mal ein Buch was schau das Buch was Schütz 1 bringt was braucht man denn nochmal Zuckerronne und Leder hast du noch ein Rüstungsteil was entschalten kannst da hab ich wieder ein Buch für dich warte mal wir geben noch mal ein Buch ich habe eins komm her einfach ich will aber auch ein Buch haben ja komm her ich will lesen warte ich hab brauche Platz ich nehme eins ab und ich gebe dir das Buch ja gib mir das Buch was hast du das von dir an die Zeit das hat irgendwie die Historik ach das ein Buch ach komm mal in die Richtung das müsste so komisch am Rande zeigen ein Chartert Buch musst du deine Rüstung nehmen nix auf dem Ambus und dann hast du das Schuss drauf machen dann habe ich das plus die Rüstung im Moment das mit Rüstung raussehen ah das ist fast kaputt ich habe ja schon schön das hat sich muss mehr ich habe ja noch eine Flussplatte mit sich schüssen zum Haar nicht das macht du es ist nett dass du uns besucht der Bild von kann das wie macht die Schreisdruck plattiger weg dann macht du mal weg damit ja ich meine deswegen kann man hier nicht ich werde kommen dann wieder abrufen wir machen das mit Fakern hier hinten wo sie das Buch hin ja ich bin auf mir oben hast du ja ich bin auf mir oben du kannst ja keine Fakern reinpacken zumindest ja nicht hier hinten hey die tolle Reitwaren die Marocke Pülse pflanzen ja ich gib mir mal das du schaffst also solange du jetzt keine Pülse pflanzen gib mir das ein Chartert Buch solange du ey das meine meine Ex-Satten Buch eigentlich die du da geballerst meine Ex-Satten Punkte meine ich glaube du hast du ja geschordet Alter sieht von dumm aus du hast keine Textur hat ja das ist nett und was kann ich da rauf machen ist da jetzt der Schutz drin oder was du musst jetzt ja das machen du musst eine Rüstung die nichts hat also eine Rüstungsteil was nichts drauf hat achso ne das hat aber was ein Ding er vertroffene muss das eigentlich funktionieren hast du die Nacht Moment ne ich du hast nicht ein Stilfressen ähm was nichts hat dann nehme ich einfach mal einen Schwerd ich will nochmal gucken ob es funktionieren würde was für ein Schwerd einfach nur so ich will ja nicht probieren ich will ja nur gucken ob es nein nein du hast du hast Schutz und ein Schwerd gibt kein Schwerd du brauchst eine Rüstungsteil oder ein Helm oder sowas? Neh, nehm ich einfach einen Stein, äh ne, warte mal. Holz, äh äh, Leder, das ist ja toll. Hast du eigentlich das Buchen noch, das zweite? Ja. Ne, zweites Mal, ja. Kann man eigentlich Feile verzauchen? Ne. Ne, das reicht. 100 Punkte. Haben wir kein, kein Leder? Ach ja, wir haben jetzt die Bücher ausgebraucht. Hast du Leder? Habe ich noch drei da. Kann man da irgendwie mal, äh, weiter mal, vier hab ich jetzt eigentlich mal. Weil dann kann ich einen Rüstungszimmer bauen aus Leder. Ich will ja nur gucken, ob das funktioniert. Ne, das Leder bist du verrückt. Ich will ja nur probieren, ob das funktioniert. Das ist wirklich, das ist funktionierend. Habe ich schon mal ausprobiert. Ne, ne, vielleicht vielleicht ein Rüstungszimmer von dir oder irgendwie viel zu verrückt, äh. Wirst du, was machen wir ja nie auf Leder, bist du verrückt? Ich wollte sie nicht draufzaubern. Ja, es ist entscheidend. Das ist in deinem Texturpack nicht dran. Naja, natürlich geht's. Mal mitbearbeiten. Eigentlich müsste das noch leuchten als Büro. Kann man einfach mal ein Buch anschauen, dann kann man noch mehrere Effekte irgendwie, muss das so funktionieren. Naja, wenn du der 8, 30 Uhr so, dann kann man nur L4 umschauen, das ist gerade das Buch. Wenn du der 3, 30 Uhr so umschauen, ist das natürlich schön. Dann kann der Losschutz drauf. Dann kann man alles drauf machen. Da kann man alles drauf. Soll ich mal Level 18 machen? Kannst du machen, machen wir mal. Oder Level 19? Ja Level 19. Effizient 3. Na, ich weiß nicht. Effizient 3. Auf der Affiliate Hacker. Auf der Affiliate Hacker. Auf der Affiliate Hacker. Ja, das sind voll die Affiliate Hacker. Ah, das kostet 5 XP. Ja. Der Klasse oder den XP kostet auch. Wie funktioniert das nun? Okay, dann muss ich mir noch Ball erwähnen. Und ich hab kurz einen Cut machen, wenn ich mir das Klo. Bis gleich Leute. Bis gleich. Bis gleich.